Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit & Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und heute ist mal wieder Zeit für einen kurzen, knackigen Impuls für einen Healthy Shot. Ja, heute möchte ich über ein Thema sprechen, was Dir so viel Power geben kann, wenn Du es regelmäßig machst und bestimmt hast Du das schon vorhin mal gehört, aber die wenigsten setzen es wirklich regelmäßig um und die Rede ist von einem Powernap oder von einem Powerschlaf und ich habe Dir auch heute nochmal etwas ganz Spannendes mitgebracht, wie Du Kaffee nutzen kannst und einen Powernap, um noch mehr Konzentrationsfähigkeit und Leistungsfähigkeit zu erzeugen, aber dazu am Ende vom Podcast. Wenn Du Tiere hast, hast Du Dir schon mal angeschaut, dass die regelmäßig so ein Nickerchen machen? Ja, die machen sich keinen Druck, die legen sich dann eben hin und die Menschen gehören zu den wenigen Lebewesen auf diesem Planeten Erde, die glauben, ihr Schlafbedürfnis an einem Stück stillen zu müssen. Und warum das gar nicht so gut ist und was Du dabei beachten solltest, das habe ich Dir heute hier mitgebracht. Laut Studien wirst Du, wenn Du regelmäßig einen Powernap machst, also ein kurzes Nickerchen machst und zwar wirklich täglich, Deine Leistungsfähigkeit um 35% erhöhen. Halleluja, das ist mal ein ROI, ein Return of Invest, der es in sich hat. Und angeblich sollten schon die Samurai-Krieger einen Powernap gemacht haben und nicht nur die machen das regelmäßig oder haben es besser gemacht, weil das ist ja eine überlieferte Information, sondern clevere Menschen sollten das auch machen und dafür solltest Du Dir auch immer ein kleines Plätzchen im Tag reservieren. Die Japaner machen das Nickerchen auch ganz regelmäßig, also bei denen ist das extrem etabliert und jetzt über die Recherche von dem Podcast ist mir auch aufgefallen, dass ich schon ganz viele Japaner gesehen habe, die auch mal so im Bus und vor allen Dingen auch so in der Bahn so ein Nickerchen machen und die Japaner sind wohl das Völkchen, was überall diese Näppchen macht, also am Arbeitsplatz ist das gewünscht, in der Öffentlichkeit, in der Bahn, im Bus, egal wo, da ist es sogar ganz explizit erwünscht und ich finde, das sollte bei uns eben auch so sein. Und wenn Du regelmäßig so einen Powernap machst, dann verringerst Du laut Studien nicht nur die Müdigkeit im Alltag, sondern Du reduzierst auch Schlafstörungen. Du sorgst dafür, dass Dein Blutdruck stabilisiert ist oder wird und die Menschen, die das regelmäßig machen, die haben auch weniger mit Depressionen zu tun. Der Blutzuckerspiegel, der soll stabiler bleiben. Du hast weniger Stress mit Stress, also auf gut Deutsch, Du bist einfach mehr in Deiner Balance und Deine Hormone, die werden dadurch auch positiv beeinflusst. Aber das Schöne ist doch, und das merke ich jedes Mal, wenn ich ein Powernap mache und ich muss ehrlich sagen, ja, ich nehme es mir immer vor, ich komme mal mehr dazu und mal weniger, aber ich würde mal sagen, zu 70 Prozent mache ich das auch. Du bist wirklich, nachdem Du so ein Näppchen gemacht hast, einfach konzentrierter. Und ich merke auch immer wieder, gerade nach dem Mittagessen, wenn ich das mache, ich frühstücke ja immer ordentlich, esse ordentlich zum Mittag, das war's, diese zwei Mahlzeiten, die praktiziere ich fünfmal in der Woche und dann fünf Tagen in der Woche lasse ich abends das Abendessen ausfallen. Und da esse ich mich mittags natürlich auch satt, ne? Ich will ja auch satt sein. Und danach bin ich wirklich erst mal müde. So ein bisschen, wie man so umgangssprachlich sagt, äh, Malad. Ja, und dann brauchst Du erst mal so einen kleinen Kick. Und wenn ich mich dann hingelegt habe, bei mir sind das immer ungefähr so 16 Minuten. Warum? Ich lege mich dann auf meine Magnetfeldmatte und die hat eben, ja, so verschiedene Programme, die ich einstellen kann. Das sind 8, 16 oder 24 Minuten. Ich gehe da immer 16 Minuten drauf und da schlafe ich ja nicht, sondern ich bin entspannt, mache auch wirklich alles dunkel und mache wie ein kleines Schläfchen, ohne dass ich richtig schlafe. Und das Faszinierende ist, danach bin ich so viel mehr, ja, konzentrierter und habe auch einfach die besseren Einfälle. Also es ist so ein, so ein richtiger kleiner Reset. Und die Wissenschaftler, die das untersucht haben, die Schlafforscher untersuchen sowas, die sagen, dass das ideale Zeitfenster für so ein Powernap, für so ein Nickerchen, acht Stunden nach dem Aufstehen ist oder acht Stunden vorm Zu-Bett-Gehen. Und das ist also zwischen 13 und 15 Uhr. Ich mag das am aller, allerliebsten direkt nach dem Mittagessen, weil ich danach einfach immer total müde bin. Und in dem Zeitfenster nach dem Mittagessen, wenn das Energieniveau, zumindest ist es bei mir so, dann erstmal so ein bisschen im Keller ist, dann tut es einfach unglaublich gut, diesen kleinen Nap zu machen. Im Übrigen, das ist ein großer, großer Unterschied, wenn du dich gut und ordentlich ernährst und dein Blutzuckerspiegel auch durch die Nahrung konstant ist, bist du nämlich nach diesem Powernap glockenhell wach und wieder fit für den Tag. Was bei den Menschen, die sich nicht gut ernähren, natürlich nicht der Fall ist. Und ich habe dir versprochen, ich habe dir so einen kleinen Hallo-Wache-Effekt mitgebracht. Und zwar in Kombination mit Koffein und dem Powernap. Und das ist ein super, super, super Tipp. Ich bin ja so ein Pflänzchen, ich kann am Nachmittag keinen Kaffee mehr trinken. Der ist bei mir echt vorbei, schlafe ich nicht mehr. Vielleicht ist es auch ein Anführungszeichen im Placebo-Effekt, weil ich mir das einbilde, aber ich kann einfach nicht mehr schlafen. Ich trinke morgens meinen guten Kaffee. Aber die Menschen, die am Nachmittag nochmal so einen Espresso trinken können oder einen guten Kaffee, wirklich richtig guten, für die habe ich jetzt nicht mehr Jetzt noch ein Tipp. Trinke vor deinem Powernap einen guten Espresso oder eben guten Kaffee. Denn das Koffein braucht eine Zeit lang, um zu wirken. Und das ist laut denen, die das untersuchen, nach 20 Minuten der Fall. Das heißt, wenn dein Powernap ungefähr 15 bis 20 Minuten dauert, vielleicht auch nur 10 und du trinkst es genau vor deinem, ja, Nap, dann hast du den doppelten Effekt. Du hast den kleinen Koffein-Kick. Koffein ist ja auch in einer gewissen Art und Weise, wenn du es nicht übertreibst. Drei Tassen Kaffee sind super am Tag. Hör dir dazu unbedingt meinen Kaffee-Podcast an, ja. Da habe ich auch ein paar schöne Studien reingebaut. Also wenn du es nicht übertreibst und du hast diese drei Tassen Kaffee am Tag nicht mehr oder drei Espressi oder drei gute Cappuccino, hallo, mit Pflanzenmilch, dann ist es natürlich wunderbar. Und wenn du das kombinierst mit einem Powernap, bist du noch konzentrierter und vor allen Dingen noch wacher. Und in welchen, ja, Dauermodi sollte man denn Powernappen? Powernappen, ja, also einmal gibt es die kleine Variante zwei bis drei Minuten. Kannst du gerne kombinieren mit Atmung. Also legst dich quasi für ein Momentchen in deinen Sessel, nimmst dir den Timer vom Handy zwei bis drei Minuten und jetzt konzentrierst du dich darauf, dass du wirklich tief ein- und langsam ausatmest. Alleine diese zwei, drei Minuten helfen schon enorm. Vielleicht hast du nicht mehr Zeit, aber das kannst du immer einbauen, denn das geht immer zwei bis drei Minuten. Achte aber darauf, dass du, wenn du im Büro bist, zu Hause den Schild vor die Tür hängst und sagst, hey, Mami, Papi oder wenn du im Büro bist, hallo, Person X hat jetzt gerade eine Pause. Oder du machst es ein bisschen länger, 10 bis 20 Minuten. Hier wird dein Ausdauer- und Aufmerksamkeitsvermögen schon enorm gesteigert. Auch dein Leihandvermögen steigert sich enorm. Und auch da wiederum schläfst du nicht, sondern du schließt deine Augen, konzentrierst dich auf die Atmung, stellst dir deinen Wecker. Und 20 bis 30 Minuten geht auch, aber das ist dann wirklich die Grenze, nicht länger. Und in diesem Bereich löscht sogar das Gehirn unnütze Informationen. Das haben die Wissenschaftler herausgefunden. Und deine Leistung, die steigert sich natürlich enorm. Also alles zusammengefasst ist dieses Power-Neppen ein richtig tolles Gesundheits-Elixier. Und wenn du Unternehmer bist oder Unternehmerin und du hast Mitarbeiter, dann mach auf jeden Fall eins, stelle einen Bereich bereit für deine Mitarbeiter. Sorge dafür, dass sie die richtigen Informationen bekommen, wie wertvoll das ist. Und deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die werden auf jeden Fall mehr Leistung erbringen können, als wenn sie das nicht machen. Bei meinem Marco, bei meinem Mann im Büro gibt es so einen Bereich, da gibt es einen wirklich ganz, ganz tollen Raum, den wir eingerichtet haben für die Mitarbeiter. Und da ist es sogar extrem, naja, das wird gefördert von meinem Mann, weil er einfach sagt, hey, wenn meine Mitarbeiter fit sind, wenn es ihnen besser geht, dann ist es natürlich auch wunderbar für meine Firma. Bei mir arbeiten alle im Homeoffice, also auf gut Deutsch mein Team, darf das zu Hause machen und das erkläre ich auch immer, hey, mach das zu Hause, es ist unglaublich gesund und vor allen Dingen steigert es deine Leistungsfähigkeit. Ich wünsche mir für dich, dass du dieses unglaubliche Elixier auch benutzt für deine Leistung, für deine Konzentrationsfähigkeit. Denn das, was Tiere machen, was die, ja, wunderbaren Japaner machen und die Samurai-Krieger schon ganz, ganz früher gemacht haben, funktioniert bei dir auch. Dann wirst du nämlich zu mehr Power und vor allen Dingen zu mehr Kraft kommen mit einem kleinen Power-Nap, das du täglich in deinen Alltag einbaust. In diesem Sinne wünsche ich dir nur das aller, allerbeste. Viel Spaß beim Neppen und schreib mir gerne, wie dir dieser Podcast gefallen hat. Du findest mich in den sozialen Medien überall und leite diesen Podcast gerne an Menschen weiter, die noch nie etwas vom Power-Nap gehört haben oder denen das mal wirklich gut tun würde. In diesem Sinne nur das Beste für dich, deine Kerstin.